Das Unternehmen Fiora ist auf die Fertigung von sanitären Produkten spezialisiert, die komplett individualisiert sind und die Bedürfnisse des Kunden und des Endverbrauchers komplett aufnehmen. Duschboden, wie Sie hier sehen, Wandbekleidung, verschiedenen Strukturoberflächen, einen Waschtisch in beliebigen Varianten, Badmöbel, Heizkörper oder Accessoires. Fiora verkauft überwiegend Unikate. Denn jedes Produkt wird auf Maß hergestellt, in genau dem Oberflächendekor und in der Farbe, die vom Kunden gewünscht werden. Man sieht zum Beispiel hier ein sehr schönes Ambiente, das entsteht, wenn man einen unserer extra flachen Duschböden der Seer Silix und mit der Oberfläche Schiefer installiert. Wir zeigen hier auch verschiedene Strukturoberflächen. Denn das Besondere an Fiora ist ja, dass wirklich absolut Ton im Ton ganz glatte Oberflächen mit solchen kombiniert werden können, die die Struktur von Leinen, Holz und verschiedenen Gesteinarten haben. Man kann aber auch Oberflächenstruktur von Schiefer sowie auf der Duschwanne, dem Waschtischmöbel, als auch an der Wand oder bei den Wandpanelen und auf dem Heizkörper durchgängig beibehalten. Dazu passt zum Beispiel sehr gut, dass diese Badmöbelkomposition auf Basis der Serie Fontana mit integrierten Handwaschbecken und einem Elektroheizkörper alle mit der Strukturoberfläche Schiefer ausgestattet sind. Fiora Duschböden sind lieferbar in 54 Dekor- und Farbkombinationen und werden millimetergenau als Maßanfertigung produziert. In Länge und Breite schneidet Fiora auf Maß bei Bedarf ohne Aufpreis Ausschnitte individuell so, wie man sie braucht, wenn Raumecken zum Beispiel umbaut werden müssen. Maßflexibel ist auch das Silix Step Installationssystem für die schnelle und sichere Montage eines Duschbodens. Bei YouTube finden sich Montagevideos, die zeigen, wie einfach der Einbau eines Silix Duschbodens vonstatten geht. In Längen bis zu 2000 Millimeter erstellen Installateure mit Fiora allein und ohne Hilfe eines Fliesenlegers bodengleiche, fugenlose, angenehm fußwarme und rutschhemmende Duschbereiche. Der Vertrieb von Fiora-Produkten in Deutschland erfolgt ausschließlich über den sanitär Fachhandel und über dessen Installateurskunden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017